Es war einmal ein verwunschenes Königreich, in dem eine wunderschöne Prinzessin lebte. Mit Haar so schwarz wie Ebenholz und Haut so weiß wie Schnee. Ihr Haar ist nur schwarz, nicht wie Ebenholz. Und Ihre Haut hat noch nie die Sonne gesehen, also logisch ist die gut. Ich finde, Schneewittchen ist die schönste Frau auf der Welt. Die einen sagen so, die anderen so. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Schneewittchen. Was? Wer? Der Klassiker unter den Märchen. Was fällt dir ein, mit dem Prinzen zu sprechen? Ich brauche eure Hilfe. Ich stehe euch zu Diensten. In einer Erzählung. Holt euch euer Königreich zurück. Ihr habt kein Recht, so zu regieren, wie ihr es tut. Was du nicht sagst. Wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Verband sie in die Wälder. Wer bist du? Schneewittchen. Schneewittchen? Der Prinz ist reich. Ich werde ihn heiraten und meine finanziellen Probleme lösen sich in die Luft auf. Jemand muss hier aufhalten. Warum nicht wir? Wir unterrichten dich. Die Königin ist verrückt. Ich gebe ihm einen Liebestrack. Für Hunde? Was soll ich mit einem verliebten Hund? Ihr könntet Stöckchen werfen und ich hole es euch wieder. Lauf! Diesen Frühling. Wer seid ihr? Diesen! Ich kämpfe nicht gegen euch. Wieso? Ihr seid Winzlinge. Du hast doch nur die Hosen voll. In so vielen Geschichten rettet der Prinz die Prinzessin. Nein, 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 nein! Diesmal läuft's anders. Märchenhaft. Ihr und die Räuber? Ihr und die Königin! Sollen wir ihr helfen? Sie kommt gut allein zurecht. Fantastisch. Der Räuberhauptmann ist eine Siege. Der Hauptmann ist Schneewittchen. Magisch. Jeder trägt etwas Magie in sich. Schlütt! Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen. Nichts ist ruhmreicher als in die Schlacht zu ziehen. Ja! Aber das ist mein Kampf. Was? Hat sie eben die Tür? Halt her! Spieglein, Spieglein. Leute! Hey Leute! Ihr wisst, dass wir einen Ersatzschlüssel haben. Demnächst im Kino.